Dass Mathematik und Monotonie etwas miteinander zu tun haben, ist dir völlig klar. Das denkst du dir in fast jeder Mathestunde. Was eine Funktion und Extrempunkte da allerdings zu suchen haben, ist dir irgendwie entgangen. Aber kein Problem, dafür gibt es ja dieses Video. Verbindest du den Begriff Monotonie bzw. Monoton im Alltag eher mit eintönig, langweilig, so bedeutet es in Mathe so etwas wie gleichförmig, immer. Man unterscheidet dabei zwei Fälle. Monoton zunehmend, wachsend und monoton abnehmend, fallend. Bei einer Geraden sieht das so aus. Jetzt zeichnet man bei beiden Geraden ein Steigungsdreieck ein. Mit der Formel zur Berechnung der Steigung sieht man, dass sich für den Fall Monoton zunehmend eine positive Steigung und für den Fall Monoton abnehmend eine negative Steigung ergibt. Und wie sieht das Ganze jetzt bei anderen Funktionen und den entsprechenden Graphen aus, wenn die Steigung nicht wie bei einer Geraden konstant ist, sondern sich ändert? Ja, da wird es etwas komplexer. Aber keine Sorge, wir schauen uns das einfach mal an einem Beispiel an. Bei dem hier dargestellten Graphen liegt am Punkt A eine Tangente an, von der auch die Steigung angegeben ist. Fährt man nun den Graphen in positiver x-Richtung entlang und betrachtet die Tangentensteigung an den verschiedenen Punkten, dann sieht man, dass diese sich ändert. Es ändert sich dabei nicht nur deren Betrag, sondern es wechselt auch das Vorzeichen. Die Punkte, an denen sich das Vorzeichen der Tangentensteigung ändert, heißen Extrempunkte. Wechselt es von negativ zu positiv, dann spricht man von einem Minimum. Wechselt es von positiv zu negativ, dann liegt ein Maximum vor. Setzt man sich genau in den Extrempunkt, dann erhält man eine waagrechte Tangente mit der Steigung 0. Wie bei der Geraden spielt also auch bei komplexeren Graphen die Steigung, hier die Steigung der entsprechenden Tangente, die entscheidende Rolle, wenn man etwas im Zusammenhang mit Monotonie rausfinden will. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ob du bei jedem Funktionsgraphen immer Steigungsdreiecke einzeichnen musst. Nein, denn wie du dich vielleicht erinnerst, entspricht die Steigung eines Funktionsgraphen am Punkt x0 der ersten Ableitung der entsprechenden Funktion an diesem Punkt. Daher gilt, ist die erste Ableitung der Funktion positiv, so ist der Graph in diesem Bereich monoton zunehmend. Ist die erste Ableitung der Funktion negativ, dann ist der Graph in diesem Bereich monoton abnehmend. Ist die erste Ableitung an einer bestimmten Stelle x0 0, dann liegt an dieser Stelle eventuell ein Extrempunkt vor. Das Verhalten der Steigung und die daraus abgeleiteten Aussagen zu Extrempunkten und Monotonie bezeichnet man übrigens auch als Monotonieverhalten. Okay, jetzt noch einmal alles zusammenbringen. Allgemein gibt es bei einer Funktion Punkte, sogenannte Extrempunkte, an denen sich das Monotonieverhalten ändert. Bei zunehmenden x-Werten liegt beim Wechsel von monoton abnehmend zu monoton zunehmend ein Minimum vor und beim Wechsel von monoton zunehmend zu monoton abnehmend ein Maximum. Da ein direkter Zusammenhang zwischen Monotonieverhalten, der Steigung und der ersten Ableitung einer Funktion besteht, lassen sich das Monotonieverhalten und die Lage eventueller Extrempunkte über die erste Ableitung ermitteln.